moin und herzlich willkommen zur 769 rohstoff tagesausgabe der formationstrainer am dienstag ich rate jetzt mal dem 27 mai stimmt 2014 und der blick auf die rohstoffliste das mit dem datum hat schon ganz gut geklappt aber die rohstoffliste da habe ich sie wir sehen nasche gas mit plus 2 6 prozent kult und band weit es geht unverändert palladium sagt ach die edelmetalle fallen mir wurscht ich mache nur minus 0,4 prozent platin minus 1,4 prozent silber minus 1,8 5 prozent und gold macht sie sagen es zacka tun minus 2,22 prozent heute gilt es das t-shirt anzuziehen auf dem draufsteht i love vola endlich ist die volatilität wieder da und endlich kann man hier auch aktiv etwas auf der einen oder anderen seite tradern wir hatten gesagt wir haben hier ein gleichschenkliches dreieck zeige ich ihnen am besten über die kleinere zeit anhand nämlich über den vier stunden schatz sie sehen hier das dreieck wird bärisch aufgelöst wir haben dann auch den markt entsprechend auf der bärischen seite heute morgen über unsere trigger liste für sie live geschautet denn ich bin der überzeugung analysieren kann jeder entscheidend ist was machst du aus der analyse wie ist der aktive handel und deswegen führen wir auch diese kostenlose trigger liste für sie damit sie sehen dass man als trader auch wenn man alles richtig macht ausgestopft wird dass man auch mal minus monate hat aber wenn du immer wieder das gleiche machst und wenn du systematisch tradest machst du deutlich häufiger gewinnen als dass du verluste machst dass sie sehen dass unser system funktioniert ich sage ihnen ja immer leute auf der bärischen seite ist der markt nicht so ganz einfach zu traden dann wird es schnell und hässlich deswegen wenn man gerade unerfahrener als sich lieber auf der bullischen seite konzentrieren fokussieren weil der markt etwas träger und einfacher ist ich habe selten gold mit so einer langen ankündigung fallen sehen sie müssen sich vorstellen dass wird hier bärisch aufgelöst und in 1 2 3 stunden fällt der markt gerade mal um vier dollar um vier dollar fährt der markt innerhalb von vier stunden ist auch vollkommen egal dass es der frühe europäische handelszeit gewesen ist der markt kann trotzdem sehr sehr heftig fallen und deswegen war es in meinem dafürhalten relativ einfach diesen einstieg zu finden zumal das dann auch hier mit der stochastik sehr sehr gut gepasst hat das hat dann alles schon sehr stark darauf hingewiesen dass der markt hier in richtung der unteren range laufen möchte nämlich in richtung 12 67 12 68 wir hatten gesagt das dreieck hat für uns eine untergeordnete bedeutung erst wenn die horizontalen marken 13 25 auf der oberseite oder per tagesschlusskurs 12 70 auf der bärischen seite bärisch aufgelöst werden sein sollten haben wir potenzial auf der bärischen oder auf der bullischen seite eine fortsetzung zu machen wir kriegen jetzt aller voraussicht nach diesen schlusskurs unterhalb dieser horizontalen unterstützungsmarke wir waren aber hier reingegangen bei 12 88 auf der bärischen seite ich war heute den ganzen tag unterwegs und hatte termine und das ist die art des tradings wie ich es schätze nicht mit irgendwelchen ko scheinen options scheinen zu arbeiten wo du gar nicht machst ob du deinen take profit ausgeführt bekommst oder nicht sondern du hast einen stop loss drin das gibst du gleichzeitig deinen take profit ein wird hier die hälfte realisiert an der potenziellen unterstützung die hält nicht okay aber so ein markt ist dieser markt die das ganze letzte jahr ist nicht einfach zu traden in dieser seitwärts range ist nicht einfach zu traden und es gibt zeiten da musst du wissen wann du deinen trade eher schneller ins geld holen musst und wann du deinem trade mehr luft geben kannst wir geben ja palladium jetzt gerade seit zehn wochen mehr luft das ist ein anderer schnack das ist hier eine quälende seitwärtsphase und da gilt es in meinem dafür halten eher die trades früher ins geld zu holen wenn du eine größere position hast und wir hatten hier eine ganze position also maximales risiko pro position was man hier spielen kann oder wenn du etwas mehr deiner position luft geben willst musst du wirklich mit einer klitschko klaren position arbeiten was ich ihnen auch noch schuldig bin zu sagen es passt aber auch gerade zu dem thema was wir miteinander besprechen ist wir hatten ja auch gold initial gekauft gehabt wenn wir hatten hier eine bullische kalt formation gebildet gehabt und ich persönlich bin ja ein volumen junkie wir hatten hier volumen gesehen gab wir hier volumen gesehen gab und deswegen hatte ich ihnen gesagt auch aufgrund des volumens und der formation ist die wahrscheinlichkeit dass der markt in richtung 13 40 laufen sollte 13 60 hätte ich ihnen gesagt initial deutlich größer als dass der markt jetzt hier nach unten geht war falsch was ist entscheidend wir haben immer wieder systematisch unser stop loss angepasst am ende als sie ausgestoppt worden sind haben wir kaum ein verlust gemacht und das ist das worauf es ankommt nicht aufs kaufen kommt es an sondern es kommt darauf an dass du deine position managst immer wieder und auch weiß in welcher zeiteinheit du hier unterwegs bist ok jetzt haben wir also noch eine short position die position ist dem geld und jetzt werden wir gucken was der markt und so machen kann bis wohin er laufen kann über den stunden chart hatte ich ihnen gezeigt es kommen weitere potenzielle unterstützungen hier im bereich der zum beispiel 12 60 oder wenn der markt weiter fallen möchte zum beispiel im bereich der 12 40 wir lassen das auf uns zukommen versuchen sie in meinem dafür halten jetzt diesen markt mit der klaren verkaufsformation mit dem klar feilenden momentum und da von allen gleitenden durchschnitten heute sogar mit volumen abverkauft worden ich erspare es ihnen das noch mal zu zeigen jetzt noch mal zu versuchen gegen den trend und ach der muss doch zurückkommen und jetzt kaufe ich den und kaufe ich den bitte machen sie das nicht es ist gerade nicht angesagt erst muss der markt was bullisches machen und dann können wir sagen oh interessant da ist ja was bullisches passiert und dann können wir uns anfangen gedanken zu machen ob man hier irgendetwas auf der bullischen seite machen kann oder machen will ein markt der so lange konsolidiert nämlich über einen monat eigentlich sechs wochen lang und dann so klar nach unten abverkauft hat deutlich höhere wahrscheinlichkeit für die fortsetzung der bewegung auf der bierischen seite als das jetzt der markt die bullen in den markt reinkommen bitte stellen sie sich nicht gegen den trend entweder man ist jetzt hier als swing trader auf der short seite unterwegs oder man hat keine position wenn wir uns silber anschauen sie mal bleibt noch im dreieck silber hatte auch heute nicht ganz so viel volumen auf der bärischen seite silber hat aber auch eine deutlich höhere wahrscheinlichkeit dass jetzt diese 19 dollar marke bärisch aufgegeben werden sollte und dass wir jetzt hier in richtung zum beispiel 18 50 laufen und ultimative unterstützungszone hier mit dem schatten 18 20 man muss sagen per wochenschlusskurs haben wir nicht mehr viel platz das muss man auch wissen nämlich per wochenschlusskurs hier 18 90 ist dann die unterstützungsmarke die es gibt ich habe ihnen immer wieder gesagt leute das sieht interessant aus was hier silber macht aufgrund des volumens was wir hier gesehen haben was aber wichtig ist dass wir nicht vergessen dass das hier kein bullenmarkt ist und wenn man hier diese unterstützungen kauft bitte mit einer kleinen position zu machen wenn man an das volumen glaubt und wenn man hier an diese formation glaubt wir bleiben nach wie vor in einer bullischen keilformation darüber muss man sich im klaren sein ich hätte versucht sie darauf hinzuweisen dass der nicht sofort diese bullische keilformation bullisch auflösen muss sondern dass er noch den ganzen weg zurückkommen kann und dann erst möglicherweise die bullische keilformation bullisch auflösen kann erstens zweitens und dass diese bullische keilformation auch bärisch aufgelöst werden kann ich glaube das habe ich in den letzten tagen mehrfach gesagt weil ich versuche sie immer wieder dafür zu gewinnen dass sie anfangen nicht nur mit dem bullischen auge auf den chart schauen oder nicht nur mit dem bärischen auge auf den chart schauen wenn die 19 dollar marke brechen sollte im moment sieht das eher danach aus hat der markt potenzial eine fortsetzung zu machen in richtung zunächst einmal 18 50 und möglicherweise 28 wenn die nicht hält dann hat der silbermarkt ein ernsthaftes problem darüber reden wir aber erst wenn es so weit ist mit dem blick auf palladium und morgen schaue ein bisschen länger auf das palladium drauf denn es gibt wirklich dieser trade emotionalisiert unsere zuschauer wie noch nie ich habe noch nie so viele meinungen und mails zum thema palladium bekommen und viele sind so unglaublich skeptisch und sagen nein jetzt hört doch mal auf wie palladium so bullisch zu reden das ist gar nicht so bullisch ist völlig überkauft wie auch immer alles was ich ihnen sagen will ist leute wir sind hier im wochenchart drin morgen reden wir etwas länger darüber selbstverständlich der wochenchart läuft nicht an der schnur gezogen bis unsere take profit zone sondern genauso wie der tageschart der stundenchart der fünf minutenchart ein pullback macht genauso macht auch der wochenchart ein pullback nur wenn der wochenchart ein pullback macht dann kann das ding vier wochen lang nach unten kommen auch das haben wir gewusst als wir diesen markt hier gekauft haben gesagt haben wir traden das über den wochenchart bitte machen sich das klar wir reden noch mal darüber ich will auch noch mal erzählen was mir zuletzt gesagt worden ist und was es auch mit mir macht wenn ein trade der eigentlich wunderbar läuft wir machen endlich mal buy and hold was die edelmetall fans eigentlich ganz cool finden sollten aber offensichtlich nicht warum auch immer wenn man immer wieder dann für diesen trade kritisiert wird das emotionalisiert einen werde ich ihnen hoffentlich morgen schaffen zu erzählen alles was ich ihnen sagen will ist leute wenn ihr gewinn sie emotionalisiert sagen ja immer wieder wir sind ja hier nicht in meinem dafür halte nicht nach meinem dafür halte nicht in einem bärischen keil sondern wir sind hier in einem trend kanal hier obere begrenzung untere begrenzung obere begrenzung untere begrenzung obere begrenzung und zuletzt als der markt wieder hier zurückgekommen war nicht ihnen gesagt leute sehr interessante zone um bullisch in den markt reinzugehen ist da hier wieder in die obere begrenzung des trendkanals rangelaufen innerhalb dieses trendkanal bilden wir jetzt wieder ein keil und selbstverständlich haben wir jetzt das potenzial an die untere begrenzung dieses trendkanal ranzulaufen in richtung 810 dollar vielleicht sogar darüber hinaus wir werden diesen markt a nicht shorten und b werden wir unsere längerfristig laufende position nicht glatt stellen oder teilverkaufel machen weil die vier stunden schatz zurückkommt sondern das übergeordnete bild bleibt nach wie vor bullisch morgen erzähle ich ihnen welche mail ich bekommen habe und woran ich denken musste ich musste ich müsste dafür jetzt ganz weit ausholen ich musste nämlich an bars und buddi denken nämlich die beiden hauptcharaktere des ersten filmes von toy story erzähle ich ihnen hoffentlich morgen so viel für heute toy story hin palladium her wenn wir traden wir haben einen stop loss du wirst immer wieder mal ausgestoppt wenn du einen stop loss hast und der markt läuft dann wieder in deine richtung und du ärgerst dich über diesen stop loss und sagst ah hätte ich den bloß nicht gehabt das ist mir heute zum beispiel zweimal passiert da bin ich genau exakt das war im vormittagsverlauf mit ich glaube ein punkt abgeholt worden ist der markt wieder in meine richtung gelaufen da denkst du dir aber wenn du keinen stop loss hast es gibt viel viel häufiger situation wo der markt läuft und läuft und läuft und zwar richtig schön und toll nur in die falsche richtung aus deiner sicht und wenn du den stop loss drin hast dann wirst du ausgestoppt und du musst all diese punkt abgaben dieses depot schmelzen das musst du dann gar nicht mehr mitmachen bitte traden sie wann immer sie traden mit einem stop loss haben sie besten dank für ihre aufmerksamkeit wenn sie mögen sind wir selbstverständlich morgen vormittag wieder für sie da mit einer neuen ausgabe zu swing und day trading setups sind wir für sie da mit einer neuen ausgabe zu den amerikanischen und morgen abend reden wir dann hoffentlich miteinander über toy story was und wo die und was ist mit mir und eigentlich diesen palladium trade zu tun hat sie bleiben hoffentlich alle 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 gesund und wenn sie mögen bleiben sie uns formationstradern doch bitte gewogen mein name ist haben wir das nach scharri alias wolke